Hallo, guten Abend und herzlich Willkommen zum Studieninformationsabend live aus der Hochschule Midweida. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Max, ich bin Studienberater hier an der Hochschule Midweida und wir werden diesen Abend hier gemeinsam verbringen. Unser Abend teilt sich im Wesentlichen in drei Teile. Im ersten Teil seid ihr quasi schon mittendrin. Das ist dieser YouTube-Livestream hier. Von jetzt an bis circa 19.15 Uhr soll es um das Thema gehen, wie funktioniert Studieren. Ich werde euch also alles rund ums Thema Studieren erzählen, sowohl allgemein als auch natürlich im Speziellen zur Hochschule Midweida. Und wir schauen uns natürlich auch gemeinsam ganz kurz die Studienangebote, also die Studiengänge der Hochschule Midweida an. Am Ende dieses Vortrages hier beantworte ich auch gerne noch einige Fragen aus dem YouTube-Live-Chat. Den könnt ihr also gerne nutzen. Für alle Fragen werde ich wahrscheinlich keine Zeit haben, aber die eine oder andere schafft sicher hier in den Stream. Spezielle Fragen zu den Studiengängen hebt ihr euch am besten für den zweiten Teil auf, denn ab etwa 19.15 bis 20 Uhr starten unsere digitalen Informationsstände zu den einzelnen Studiengängen. Die Liste findet ihr auf unserer Veranstaltungsseite. Den Link dazu findet ihr in der Bio. Und dort findet ihr zu allen Studiengängen, die heute Abend mitmachen, den Link zum Zoom-Meeting sozusagen. Da öffnet sich also eine kleine Software. Das zeige ich euch am Ende dann auch gleich nochmal. Eine Videokonferenz-Software Zoom, wo euch dann die Studiengänge nochmal genauer von den Professorinnen und Professoren vorgestellt werden. Ihr könnt dort gerne mit Kamera und Ton reingehen, aber auch gerne ohne Kamera und ohne Ton und einfach nur zuhören. Zoom hat auch eine Chatfunktion, also wenn ihr Fragen stellen wollt, könnt ihr das gerne übers Mikrofon, aber auch gerne über den Chat machen. Keine Sorge. Und dann von 20 bis 21 Uhr treffen wir uns alle zusammen nochmal auf Discord, wer möchte. Dort bin ich mit Studis unterwegs. Dort sind also nur Studis unterwegs, die bei uns aktuell studieren und beantworten euch dort gerne in den verschiedenen Räumen bei Discord eure speziellen Fragen zum Studium. Auch dort gilt gerne mit Bild und Ton, aber auch gerne nur über den Chat, ganz wie ihr möchtet. Also YouTube-Livestream, Infostände auf Zoom und danach sehen wir uns bis 21 Uhr auf Discord. Ein Hinweis noch, ihr könnt, wenn euch heute irgendein Studienangebot oder ein Studiengang ganz besonders interessiert, könnt ihr ein Infopaket abonnieren. Dazu geht ihr auf die Veranstaltungsseite, Link dazu wie gesagt in der Bio, scrollt dort nach ganz unten und könnt dort das Infopaket abonnieren. Dann schicke ich euch nochmal alle Informationen rund um den jeweiligen Studiengang, für den ihr euch entscheidet, per Post zu und das Ganze zeige ich euch am Ende auch nochmal, wo ihr das findet. Das soll jetzt aber genug der Vorrede sein. Wir starten jetzt gemeinsam in das Thema, wie funktioniert Studieren? Und dazu beginnen wir mit einer kleinen Orientierung. Ihr seid jetzt 10., 11., 12. Klasse oder wer auch immer uns hier zuschaut, vielleicht auch die ein oder anderen Eltern oder Lehrer. Und seid an dem Punkt, ein Studium zu machen. Natürlich gibt es auch noch weitere Orientierungsjahre, Auslandsjahre etc. Aber wir werden uns natürlich heute mit der Qualifikation des Studiums beschäftigen. Und da habt ihr allein in Deutschland rund 20.000 Studiengänge zur Verfügung, davon allein 10.000, rund 10.000 Bachelor. Was ein Bachelor ist, schauen wir uns dann gleich an. Das heißt, schon allein im Studium unendlich viele Möglichkeiten. Und da muss man irgendeinen Weg finden, das für sich einzugrenzen, nach seinen Interessen und allem, was dazugehört. Und eine Möglichkeit, das einzugrenzen, ist über die Art der Hochschule zu gehen. Dieser Hut, den ihr hier also seht, dieser Hut steht für den Begriff Hochschule sozusagen. Und es gibt verschiedene Arten von Hochschulen. Es gibt Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Berufsakademien. Und die vergeben am Ende alle den gleichen Abschluss. Die schauen wir uns dann gleich noch an, die Abschlüsse. Aber die Art der Ausbildung ist ein bisschen unterschiedlich. Also die Art, wie der Unterrichtsstoff oder die Inhalte des Studiums vermittelt werden. Ihr seht es unten an den Pfeilen. Universitäten bilden eher Theorie- und forschungsorientiert aus. Berufsakademien bilden dual aus. Also zwei Einrichtungen, zwei Wohnsitze, etc. Und man macht Ausbildung und Studium parallel. Und die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die gliedern sich genau dazwischen an. Und die Hochschulen mit also vieles oder nahezu alles von dem, was ihr in der Vorlesung lernt, wendet ihr im Praktikum praktisch an. Also im Labor, im, was theoretisch zu verstehen, der ist vielleicht an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften besser aufgehoben. Und so könnt ihr schon mal gut was eingrenzen, sozusagen. Jetzt soll es um die Frage gehen, was bedeutet, wenn ich zur Bäckerin mache, kriege ich am Ende ein Abschlusszeugnis oder ein Zertifikat, was mich zum Bäcker qualifiziert. Ja, so ist es manchmal. Die Technik kann auch mal aussteigen. Das passiert auch dem Besten. Jetzt geht es aber an der gleichen Stelle weiter. Wir sind uns nicht ganz sicher, was ihr noch alles gehört habt. Ich mache einfach an der Stelle hier weiter. Was bedeutet es, zu studieren? Der Unterschied zwischen Ausbildung und Studium ist die berufliche Perspektive danach, sozusagen. Wenn man eine Ausbildung macht, ist man am Ende für, in der Regel für einen Beruf qualifiziert. Also wenn ich jetzt eine Ausbildung zum Bäcker oder zur Bäckerin mache, habe ich am Ende ein Zertifikat, was mir das bescheinigt. Bei einem Studium ist das nicht ganz so eindeutig. Das heißt, man hat nicht nur einen Beruf quasi später als Perspektive, sondern eine große Vielzahl an Möglichkeiten. Das ist also der erste Schritt auf dem Karriereweg, sozusagen. Wenn wir jetzt das Lernen an der Schule und an der Hochschule vergleichen, wie ist da der Unterschied? Der ist, jetzt müssen wir nochmal auf die verschiedenen Hochschularten von eben zurückgehen, kann gerade an Universitäten sehr anders sein. Ich mache es jetzt aber mal nur für die Hochschule mit weiter und da ist der Unterschied nämlich gar nicht so groß, wie man vielleicht vermuten mag. Es gibt verschiedene Arten von Unterricht bei uns. Es gibt Vorlesungen, Seminare, Praktika und Tutorien. Vorlesung ist quasi wie Frontalunterricht in der Schule. Also der Professor oder die Professorin steht vorne und erzählt in der Regel für anderthalb Stunden was zum Thema der heutigen Vorlesung. Dann gibt es Seminare. Dort wird das Wissen wiederholt. Man kann Fragen stellen, man löst Übungsaufgaben, man diskutiert darüber, je nach Fach- und Studiengang. Und dann gibt es das Praktikum und dort wendet man das Wissen, wie ich das eben schon gesagt habe, praktisch an. Wir haben später noch ein paar Einblicke in die Studiengänge, da kann ich euch das noch ein bisschen besser erläutern. Und das Tutorium, das ist nur optional, das ist eine Art studentische Nachhilfe. Also wenn jetzt der ganze Jahrgang mit der Mathevorlesung zum Beispiel nicht so gut zurechtkommt, dann kann sich ein Tutorium bilden und dann kommt ein Student oder eine Studentin aus dem höheren Semester, also aus einem höheren Jahrgang und vermittelt das Wissen quasi nochmal aus seiner oder ihrer Perspektive. Ihr seht, so groß unterschiedlich ist das gar nicht, denn bei uns gibt es auch Klassen- und Stundenpläne. Klassen nennen sich bei uns Seminargruppen. Die Vorlesung habt ihr also immer mit eurem ganzen Jahrgang zusammen, je nachdem wie viele das sind. Und bei den Seminaren und Praktika seid ihr in kleineren Gruppen, in Seminargruppen. Und das sind je nach Studiengang zwischen 10 und 30 Personen. Und Stundenpläne gibt es bei uns an der Hochschule Mittweida auch. Das heißt, ihr wisst im Prinzip wie jetzt auch, wann ihr wo zu welchem Zeitpunkt sein müsst, in welchem Raum, in welchem Haus, bei welchem Fach. Und da seht ihr hier neben mir auch einen Auszug aus unserer HSMW-Mobil-App, wo ihr den Stundenplan ganz bequem in der Hosentasche mit euch rumtragen könnt. Und wie gesagt, immer genau wisst, wann ihr wo sein müsst. Ich habe es eben schon mal angesprochen, die verschiedenen Arten von Abschlüssen, die man an einer Hochschule machen kann. Bei uns sind es diese drei. Bachelor, Diplom und Master. Es gibt auch noch andere Abschlüsse. Vielleicht habt ihr schon mal was vom Staatsexamen und so weiter gehört. Bei uns sind es aber diese drei. Der Bachelor ist ein sogenannter grundständiger Abschluss. Das heißt, das ist der Abschluss, mit dem ihr nach der Schule das Studium beginnt. Mit dem Bachelor machen heute die allermeisten. Geht sechs bis acht Semester. Ein Semester ist ein halbes Jahr, also drei bis vier Jahre. Und ist ein berufsqualifizierender Abschluss. Das heißt, mit dem seid ihr quasi wunderbar für eure Berufswelt aufgestellt. Und könnt damit arbeiten gehen. Wer aber schon mal ganz weit vorausdenkt und vielleicht weiß, dass er unbedingt einen Doktortitel haben möchte, der kann das allein mit dem Bachelor nicht machen. Der braucht dafür einen Master. Wir gucken jetzt nach ganz unten. Der Master geht nochmal ein bis zwei Jahre, also zwei bis vier Semester. Und damit kann man dann, wenn man das möchte, promovieren. Also einen Doktortitel anlegen. Man kann den Master in zwei Arten machen, nämlich konsekutiv oder weiterbilden. Konsekutiv heißt, man bleibt inhaltlich im gleichen Fach und wird quasi zum größeren Experten in seinem Fach. Und weiterbildend heißt, man weitet seine Perspektive sozusagen nochmal in eine andere sinnvolle Richtung, in eine andere sinnvolle Ergänzung. Was es auch zum Teil noch gibt, ist der Diplomabschluss. Bei uns an der Hochschule auch. Geht bei uns an Hochschulen für angewandte Wissenschaften acht Semester, also vier Jahre. Und ist vor allem in den technischen Studiengängen, also in den Ingenieurwissenschaften noch verbreitet. Man kann aber auch bei uns sogenannte Aufbaustudiengänge machen. Also wer unbedingt ein Diplom haben will. Und das gibt es aber nicht als Diplomabschluss. Macht man erst den Bachelor und dann kann man in zwei Semestern ein Aufbaustudium zum Diplom machen. Das gibt es in manchen Studiengängen bei uns, nicht in allen. Der Unterschied zwischen den Abschlüssen ist, also zwischen Bachelor, Master und Diplom ist, dass Bachelor und Master internationale Abschlüsse sind. Das heißt, sie sind in vielen Ländern der Welt anerkannt. Viele Länder auf der Welt verwenden diesen Abschluss auch. Und das ist gerade, wenn man im Ausland mal ein Praktikum machen möchte, dort arbeiten möchte oder dort weiter studieren möchte, kann das ein großer Vorteil sein, weil man sich viel Anerkennung sparen muss oder spart. Das Diplom ist halt ein rein deutscher Abschluss. Da muss man manchmal die ein oder andere Runde mehr drehen, um sich seine Inhalte anerkennen zu lassen. Ihr stolpert vielleicht bei eurer Orientierung mal über den Begriff Akkreditierung. Ich will nur ganz kurz darauf eingehen, dass ihr das einordnen könnt. Also da steht dann da, akkreditierter Bachelor, akkreditierter Master und so weiter. Eine Akkreditierung ist eine Beurteilung des jeweiligen Studiengangs von einer externen Kommission sozusagen. Die überprüfen den Studiengang nach bestimmten Kriterien, nach organisatorischen Kriterien, nach Ausstattung, nach Räumlichkeiten, nach dem ein oder anderen Inhalt. Aber das ist nicht unbedingt eine Qualitätsaussage. Also wenn ein Studiengang akkreditiert ist, natürlich schon. Aber nur weil ein Studiengang nicht akkreditiert ist, heißt das nicht, dass der inhaltlich schlechter ist. Das kann euch aber auch relativ egal sein, weil unsere Studiengänge an der Hochschule Mittweida zukünftig alle akkreditiert sein werden. Vielleicht ist das jetzt der ein oder andere noch nicht. Da gibt es einen Zeitplan über mehrere Jahre. Aber zukünftig werden alle Studiengänge bei uns an der Hochschule Mittweida akkreditiert sein. Wer dazu noch was genaueres wissen will, nutzt später gerne den Infostand der allgemeinen Studienberatung, den Discord-Server oder die Kanäle der Studienberatung ab morgen wieder. Das war jetzt viel Allgemeines zur Einleitung. Jetzt gucken wir uns das Studium bei uns an der Hochschule Mittweida mal etwas genauer an. Ich habe euch dazu mal ein paar Bilder mitgebracht und ein paar Schlagworte. Die Schlagworte, die ihr dort lesen könnt, Management, Wirtschaft, Informatik, Naturwissenschaft, Medien, Kultur, Sprachen, Soziales und Technik, sind alles Schlagworte, mit denen man unsere Studiengänge überschreiben kann. Aber man kann einem Studiengang nie nur ein Schlagwort zuordnen. Das nennt man Interdisziplinär. Das ist ein Begriff, der euch im Studium immer mal begegnen wird. Dahinter verbirgt sich eigentlich nur, dass eben mehrere Disziplinen, also mehrere Fachbereiche ineinander greifen bei bestimmten Studiengängen. Wenn man bei uns zum Beispiel Medienmanagement studiert, hat man Management-Themen und Medienthemen. Wenn man Wirtschaftsingenieurwesen studiert, hat man wirtschaftliche und technische Themen. Wenn man Global Communication und Business and Culture studiert, hat man Management-Themen, Medienthemen und natürlich auch Kultur und Sprachen. Also ihr versteht, was ich meine. Es greifen immer mehrere Themen ineinander. Und die Bilder, die ihr dort seht, die sind bei uns aus unserem Studium sozusagen. Auf dem ersten Bild seht ihr einen unserer vielen Fahrsimulatoren. Das ist vor allem Schwerpunkt im Studium Medieninformatik mit allem, was noch hinten dran hängt bei uns. Der E-Sports-Bereich und so weiter. Das zweite Bild ist aus der Vertiefung digitale Produktentwicklung aus dem Studiengang Maschinenbau. Das ist der Valentin, der dort diese Eule, diese Skulptur gerade digitalisiert, um sie dann quasi zu vervielfältigen, also meinetwegen die Figur im 3D-Druck nachzubauen. Das Bild daneben, das ist die Genia. Die hat bei uns Biotechnologie studiert und steht dort gerade im Labor. Und das letzte Bild, der junge Mann im roten Hemd, das ist Tom. Der hat mit mir zusammen Medienmanagement studiert und führt dort gerade beim Medienforum ein Interview. Also ihr seht, das Studium ist wirklich voller Praxis. Natürlich je nach Studium unterschiedliche Praxis. Und das macht ihr eben im Studium. Und jetzt schauen wir uns ganz kurz an, was es für Studiengänge gibt. Und es gibt auch zu fast allen heute einen digitalen Informationsstand ab 19.15 Uhr über die Plattform Zoom. Links findet ihr auf der Studien-, auf der Veranstaltungsseite und den Link dazu in der Biobox. Im Managementbereich haben wir also die klassische Betriebswirtschaft und verschiedene Wirtschaftsingenieurstudiengänge. Zum einen das Wirtschaftsingenieurwesen an sich als Bachelor und Diplom, also die Verknüpfung von Management- und Wirtschaftsthemen mit Ingenieur- und technischen Themen. Und zweimal noch als spezielle Wirtschaftsingenieure sozusagen. Also das Energie- und Umweltmanagement und das nachhaltige Immobilienmanagement. Themen, also Energie und Umwelt beziehungsweise Immobilien und immer mit einer Management- und Wirtschaftsbrille und mit einer technischen Ingenieurbrille sozusagen. Ein bisschen unterschiedlich von der Gewichtung her manchmal, aber man hat eben immer beide Disziplinen mit dabei. Gibt die Infostände nachher. Im informatischen Bereich haben wir zum Beispiel den Studiengang Allgemeine und Digitale Forensik, wo man also die Methoden der Allgemeinen Forensik, die wir so aus Film und Fernsehen aus den Serien kennen, mit digitalen Werkzeugen umsetzen oder damit umgehen sozusagen. Ein hochspannendes Thema, aber Schwerpunkt liegt eben auf der Digitalforensik und deswegen ist das bei Informatik eingeordnet. IT-Sicherheit und Softwareentwicklung als Vertiefungen im Studiengang angewandte Informatik. IT-Sicherheit geht es also um Cyberkriminalität, Cybersicherheit und bei der Softwareentwicklung geht es um den Entwurf, die Entwicklung, die Programmierung von Software für verschiedene Anwender. Und dann gibt es den Studiengang Medieninformatik und interaktives Entertainment, ist also ein Informatikstudium mit einem sehr kreativen Anteil. Beispiel für interaktives Entertainment ist Game Design, Game Development, also Computerspielentwicklung und das ist auch das, was ihr sperrpunktmäßig im Studium macht. Ich gehe jetzt immer nur sehr knapp auf die Studiengänge ein. Die genaueren Details findet ihr dann, wie gesagt, in den Infoständen bei den einzelnen Professorinnen und Professoren. Im Bereich der Naturwissenschaften haben wir die angewandte Mathematik, Applied Mathematics, auf Englisch ist der Studiengang, und die Biotechnologie, also sozusagen die praktische Anwendung der Biologie. Im interkulturellen Bereich haben wir den Studiengang Global Communication and Business and Culture, der verknüpft im Prinzip all das, was auch im Titel drin steckt, Kommunikation und Medien, Wirtschaft, Kultur, Sprachen interkulturelles und das Ganze eben global, also international, weltweit betrachtet, mit verschiedenen Kulturräumen sozusagen. Im Bereich der Medien haben wir das Medienmanagement als die Verknüpfung von Kreativität und Organisationstalent. Also ihr macht ganz viele Events, Fernsehshows, betreibt einen eigenen Radiosender, bringt Online-Magazine raus, also Online-Journalismus, Social Media, Marketing, Kommunikation. Das ist in dem Studiengang drin. Und Media and Acoustical Engineering, das sind sozusagen die Medientechniker. Die setzen also gemeinsam mit den Medienmanagern diese ganzen Projekte um, aber eben von der technischen Seite. Also sitzen im Tonstudio, Audio, Video, werden Akustiker, können eine Live-Regie beim Konzert betreuen, können aber auch eine Fernsehregie betreuen, können ein Fernsehstudio oder allgemein Studios betreuen, machen also alles, was mit der technischen Komponente zu tun hat. Im sozialen Bereich gibt es bei uns die soziale Arbeit als Vollzeitstudium, als berufsbegleitendes Studium und natürlich auch als Master. Und im technischen Bereich gibt es die Studiengänge Elektrotechnik, Automation, wo man zum Beispiel Themen hat wie Automation, also Robotik, das ganze Thema Automatisierung von Fabriken und Prozessen. Elektromobilität, vernetzte Elektromobilität ist dort ein ganz großes Thema, ist natürlich sehr, sehr zeitgemäß gerade. Und Mechatronik, also die Verknüpfung von Mechanik und Elektronik sozusagen, was auch wahnsinnig aktuell ist. Dann gibt es den Studiengang Lasertechnik, physikalische Technik, dort mit Vertiefungsrichtung 3D-Drucken. Lasertechnik und Biophotonik, also die Anwendung von Lichtlasern auf Materie oder auf, ja doch, auf Materie sozusagen. Wen das interessiert, gibt es natürlich auch einen Infostand zu. Und den Maschinenbau mit vier Vertiefungsrichtungen, nämlich digitale Produktentwicklung, das haben wir eben auf dem Bild mit der Eule gesehen, mit der Skulptur gesehen. Ressourceneffiziente Fertigungstechnik, also wie kann man fertigen, möglichst ressourceneffizient. Die Mikromobilität, ein Beispiel dafür sind unsere E-Roller, die es heute in den Großstädten alle gibt, aber natürlich noch viel, viel mehr. Und die Laser- und Oberflächentechnik. Und diese technischen Studiengänge gibt es teilweise auch dual. So, das war jetzt in Kurzform alle unsere Bachelorstudiengänge. Wie gesagt, genauere Infos, wenn euch jetzt ein bestimmter Studiengang interessiert hat, findet ihr dann im Anschluss auf Zoom. Und das sind die Master dazu. Keine Sorge, da gehe ich jetzt nicht nochmal genauer drauf ein. Ihr sollt nur sehen, dass es zu allen Bachelorstudiengängen prinzipiell auch einen passenden Master gibt. Ihr könnt also, wer das möchte, direkt nahtlos bei uns weiterstudieren und einen Masterabschluss machen. Hier habe ich euch mal beispielhaft mitgebracht, wie so ein Studium aufgebaut ist. Am Beispiel Energie- und Umweltmanagement. Die Studiengänge sind aber alle sehr ähnlich aufgebaut. Das ist also nur mal ein Beispiel. Die Spalten, die ihr seht, das sind also die Semester, die Halbjahre. Studium ist in Semester eingeteilt. Das sind sechs Stück, also drei Jahre. Und die einzelnen farbigen Blöcke, die ihr seht, das sind sozusagen die Module. Also die Unterrichtsfächer, die ihr immer in dem jeweiligen Halbjahr habt. Ihr seht also, pro Halbjahr sind das, hier sind es immer sechs Module. Können auch mal fünf, können auch mal sieben sein. Durchschnitt ist aber sechs Module, sechs Unterrichtsfächer. Und in jedem Unterrichtsfach schreibt man am Ende eine Prüfung. Das ist ein Unterschied zur Schule. Ihr schreibt also nicht über das ganze Halbjahr hinweg, hier mal eine Klassenarbeit, da mal eine LK und so weiter. Sondern immer am Ende des Semesters gibt es eine Prüfungszeit von drei Wochen, in der man seine schriftlichen Prüfungen schreibt. In den meisten Fächern schreibt man also eine schriftliche Prüfung am Ende, entweder Anskreuztest oder Freifragen, wie auch immer. Es kann aber natürlich auch sein, dass man mal eine Hausarbeit schreiben muss, also einen kleinen Text zu einem bestimmten Thema schreiben muss, dass man eine Präsentation vorbereiten muss oder einen Vortrag. Das ist ganz unterschiedlich, aber in jedem Fach eben nur eine Note. Und die Note, die man in dieser Arbeit dann hat, das ist dann auch die Note, die man an dem Fach hat. Und am Ende des Studiums muss also hinter jedem Modul, also hinter jedem Unterrechtsfach ein Haken sein. Man muss also alles bestanden haben, um am Ende seinen Abschluss zu bekommen. Im sechsten Semester seht ihr diese zwei großen Blöcke, Praxismodul und Bachelorarbeit. Das heißt, am Ende des Studiums geht ihr alle in ein Praktikum, geht in der Regel zwölf, mindestens zwölf Wochen, also drei Monate, kann auch länger, wie ihr möchtet. Und das macht ihr eben in einem Unternehmen, was in dem Bereich tätig ist, in dem ihr auch studiert habt. Und am Ende schreibt ihr eure große Abschlussarbeit, die Bachelorarbeit, Umfang ungefähr 50 Seiten. Darauf werdet ihr aber im Studium vorbereitet. Das klingt jetzt erstmal schrecklich viel, aber das ist in der Regel zu einem Thema, was man sich selber raussucht. Man ist also erstmal interessiert daran. Und wie gesagt, ihr werdet im Studium auch darauf vorbereitet, sowas zu schreiben. Und das ist sozusagen eure letzte große Leistung im Studium. Darunter steht noch das Bachelor-Kolloquium. Das gibt es nicht in allen Studiengängen. Dort muss man quasi vor einem, vor ein paar Leuten seine Bachelorarbeit nochmal vorstellen und ein paar Fragen dazu beantworten. So sind im Wesentlichen alle unsere Bachelor-Studiengänge aufgebaut. Manchmal ist das Praktikum ein bisschen früher. Bei manchen Studiengängen, zum Beispiel bei der sozialen Arbeit oder auch bei Global Communication, ist das aus verschiedenen Gründen schon im vierten Semester. Darauf gehe ich jetzt nicht genauer ein. Aber ihr könnt euch im Wesentlichen hier an diesem Ablauf orientieren. Ansonsten findet ihr das aber auch alles in den jeweiligen Informationsmaterialien der Studiengänger. So, das war jetzt alles zum Studium bei uns an der Hochschule. Und jetzt geht es noch um das große Außenrum. Also das Studentenleben hier bei uns in Midweida und an der Hochschule. Ich habe euch dazu ein paar Bilder mitgebracht. Oben links seht ihr den Marktplatz von Midweida. Midweida ist also eine kleine Stadt in Mittelsachsen. Vielleicht kennt uns der ein oder andere. 15.000 Einwohner. Die Hochschule hat rund 7.000 Studis. Also viele, viele junge Leute hier. Daneben seht ihr unsere Wohnheime. Das Studium ist meistens der erste Punkt, wo man von zu Hause auszieht im Leben. Eine Möglichkeit dazu ist, in den Wohnheimen zu wohnen. So einen Wohnheimplatz bewirbt man sich bei unserem Studentenwerk, dem Studentenwerk Freiberg. Die Plätze sind also limitiert. Wenn es nicht klappen sollte mit so einem Wohnheimplatz, ist das aber auch nicht schlimm. Die Wohnsituation hier in Midweida ist wirklich entspannt. Und wie gesagt, wenn es dort nicht klappen sollte, dann findet man auch woanders. Entweder ein WG-Zimmer oder ein kleines Einzelapartment. Vorteil an einer Kleinstadt ist, dass unsere Mieten extrem günstig sind. Man wohnt hier durchschnittlich als Student für 200 Euro warm im Monat, würde ich jetzt mal so sagen. Die Wohnheime gehen schon ab 160 Euro los. Ein WG-Zimmer kann vielleicht mal 230 Euro kosten. Wie gesagt, so 200 Euro ist ein guter Durchschnitt. Die beiden Bilder auf der linken Seite, links unten, sind mal zwei Symbolbilder sozusagen für unsere studentischen Projekte. Wem also das Studium nicht reicht, wer noch Bock hat auf ein bisschen außenrum, der kann bei unseren studentischen Projekten mitwirken. Das ist quasi sowas wie eine AG oder ein Ganztagsangebot in der Schule. Das obere Bild mit dem grünen Auto, das ist unser Motorsport-Team TMM, Technikum Midweida Motorsport. Die konstruieren also Rennwagen. Jetzt der grüne ist El Cobra. Das ist ihr erster Elektrobolide. Und damit nehmen die international an Renn teilen. Das sind also hauptsächlich Techniker. Die brauchen aber auch Wirtschaftsstudis, die sich um ihre Businessplanung kümmern. Die brauchen Medienstudis, die sich ums Marketing, um Sponsorenwerbung etc. kümmern. Also Studis aus allen Fakultäten. Und darunter, das ist unsere Hochschulbühne am Schwanenteich. Das ist also unsere Theater- und Musicalgruppe. Die führen jedes Jahr im Dezember ein Theater oder Musical auf. Und da machen natürlich auch Studis aus allen Fakultäten mit. Das große Bild hier neben mir, das ist unser Campus-Festival. Soll dafür stehen, dass man trotz Kleinstadt hier auch feiern kann. Wir haben natürlich einen Studentenclub. Die Schwämme, das ist die Kneipe unseres Studentenclubs. Und einmal im Jahr findet das große Campus-Festival statt, was die Medienstudis organisieren. Wer also Medienmanagement oder Media and Acoustical Engineering studiert, muss da leider arbeiten an den Abenden. Aber alle anderen und die ganze Stadt feiern dann bei uns auf dem Technikumplatz, also auf einem Hauptplatz in Midweida. Zwei Tage das Campus-Festival. Und das Bild hier oben, das ist euer Abschluss. Das ist also die feierliche Exmatrikulation, der feierliche Rausschmiss. Dann habt ihr euer Studium geschafft. Das machen wir ganz, ganz feierlich in der Kirche mit Hüte werfen und allem, was dazugehört. Ist ja auch ein besonderer Moment, wenn man sein Studium geschafft hat. Wir sind fast am Ende. Ich habe noch ein paar Eckdaten für euch. Wie finanziere ich das Studium? Die gute Nachricht ist, die allermeisten Studiengänge kosten kein Geld. Also gerade die Studiengänge, die ihr nach der Schule anfangen wollt zu studieren, kosten alle kein Geld, keine Studiengebühren. Gibt ein paar Ausnahmen, die stehen hier. Fernstudiengänge, Weiterbildungsangebote. Betrifft euch aber in der Regel nicht. Das Einzige, was es an allen staatlichen Hochschulen gibt, ist ein Semesterbeitrag. Der geht aber nicht an die Hochschule, sondern der geht zum einen an das Studentenwerk. Das sind also diejenigen, die Wohnheime, die die Wohnheime betreiben, die die Mensa betreiben, die ganz viele Beratungs- und Kulturangebote schaffen. Und ein kleiner Teil geht auch noch an den Studentenrat. Das ist also sowas wie der Schülerrat bei euch in der Schule, nur eben für Studenten. Die bieten dafür auch bestimmte Beratungssachen an, organisieren Events und Fahrten für euch. Da geht also dieser Semesterbeitrag hin, sind bei uns zurzeit 95 Euro pro Semester, also 95 Euro im halben Jahr sozusagen. Weitere Kosten vom Studium gibt es nicht. Trotzdem muss man natürlich seine Miete und seine Lebensmittel und so weiter bezahlen. Und die beste Möglichkeit, das zu finanzieren, ist natürlich das BAföG. Das beantragt man bei uns beim Studentenwerk Freiberg. Und ich würde euch auch auf jeden Fall empfehlen, einen BAföG-Antrag zu stellen. Denn selbst wenn man nur einen kleinen Förderbetrag bekommt, hat man die ein oder andere Annehmlichkeit. Zum Beispiel muss man als BAföG-Empfänger keinen Rundfunkbeitrag bezahlen. Also sozusagen langläufig als GEZ-Gebühr bezeichnet sind auch über 200 Euro im Jahr, die man als BAföG-Empfänger spart, aber als Student zahlen muss. Und das BAföG wird auch schon ab sehr kleinen Beträgen ausgezahlt. Das heißt, es lohnt sich ein Antrag auf jeden Fall. Man muss maximal die Hälfte zurückzahlen, maximal 10.000 Euro. Und vertraut da auch nicht auf irgendwelche Online-Rechner, die sind meistens nicht ganz korrekt. Also ein Antrag lohnt sich auf jeden Fall beim Studentenwerk Freiberg. Wenn es nicht klappt, gibt es weitere Finanzierungsmöglichkeiten auf der Website arbeiterkind.de. Und man findet in Mittweida und an der Hochschule natürlich auch Nebenjobs. Das interessiert vielleicht viele von euch. Kann ich im Studium ins Ausland? Ja, in jedem Studiengang. Meine Kollegin Ulrike Worps-Reichenbach bietet auch ab 19.15 Uhr einen Informationsstand dazu an. Wer also das schon interessiert, der kann sich bei ihr mit reinwählen. Studium im Ausland. Ihr kriegt dafür ganz viel Organisation und Unterstützung im Studium. Wer also mal eine Auslandserfahrung machen möchte, im Studium ist die beste Zeit dafür. Wichtig ist nur, dass ihr euch rechtzeitig vorbereitet. Alle weiteren Infos gibt es dann nachher bei ihr im Zoom-Meeting ab 19.15 Uhr. Und jetzt stellt sich der ein oder andere vielleicht noch die Frage, wie kann ich mich bei euch bewerben? Dazu gleich noch der Hinweis, auch das könnt ihr euch im Zoom-Meeting ganz genau erklären lassen. Ab 19.15 Uhr, wie bewerbe ich mich an der Hochschule Mittweida? Gibt es auch einen Zoom-Raum, also einen Infostand, wo meine Kollegin Heike Uhlich euch das Bewerbungsportal erklärt und euch quasi alle Fragen zur Bewerbung beantwortet? Wichtig ist, ihr müsst euch rechtzeitig und vollständig online bewerben. Daraus lesen wir jetzt drei Sachen. Das heißt, es ist eine Online-Bewerbung, sie ist also rein digital. Ihr schickt uns nichts per Post ein. Ihr müsst euch vollständig bewerben. Wir brauchen also bestimmte Unterlagen und ihr müsst euch rechtzeitig bewerben. Das heißt, es gibt bestimmte Bewerbungsfristen. Bis jetzt waren das immer die Frist 15. April bis 15. Juli. Also man bewirbt sich bei uns immer vom 15. April bis 15. Juli. Außer in diesem Jahr. Also wer jetzt Zwölfer ist und vielleicht heute sich noch für ein Studium entscheidet, dieses Jahr habt ihr Corona-bedingt noch bis 31. Juli Zeit. Also bis Ende Juli kann man sich noch online bewerben. Fehlende Unterlagen bis 5. August nachreichen. Es kann sein, dass die ein oder andere Frist für bestimmte Studiengänge auch verlängert wird. Verlasst euch da aber nicht drauf. Das wird immer erst kurz vorher entschieden. Deswegen bewerben online bis 31. Juli. Fehlende Unterlagen können bis 5. August nachgereicht werden. Das heißt, wer jetzt sein Abi-Zeugnis, sein Abschlusszeugnis noch nicht in der Hand hat, trotzdem schon online bewerben, alles andere schon fertig machen und das Zeugnis dann einfach bis spätestens 5. August nachträglich hochladen. Sollte sich eine Bewerbungsfrist verlängern für einen bestimmten Studiengang, erfahrt ihr das natürlich von unserer Website. Und da verlängert sich dann natürlich entsprechend auch die Frist zum Nachreichen mit. Wer dieses Jahr jetzt noch nicht anfängt und sich das auch noch nicht merken möchte, der abonniert am besten einfach unseren Remind-Me-Newsletter. Den Link dazu findet ihr auf unserer Website. Und wie gesagt, Bewerbung ist vollständig digital über www.hs-mitweider.de slash bewerben. Es gibt eine kleine Ausnahme, die Studiengänge Medienmanagement und soziale Arbeit. Da müsst ihr eine kleine Runde vorher über hochschulstart.de drehen. Aber auch das ist ausführlich auf unserem Bewerbungsportal erklärt. Oder ihr fragt jetzt gleich meine Kollegin im Zoom-Raum zum Thema Bewerben. Und die wichtigste Frage zur Bewerbung, gibt es einen NC? Auch darauf werde ich jetzt nicht ganz genau eingehen. Die Chance habt ihr dann hinterher. Aber ich möchte euch die Angst nehmen, die allermeisten Studiengänge bei uns sind zulassungsfrei. Das heißt, es gibt kein Auswahlverfahren. Ihr braucht nur einen bestandenen Schulabschluss, Abitur, Fachabitur und müsst euch rechtzeitig vollständig online bewerben. Also innerhalb der Frist mit allen Unterlagen. Dann habt ihr euren Studienplatz sicher. Egal, wie viele sich bewerben, dann habt ihr einen Studienplatz. Wir haben drei Ausnahmen. Allgemeine und digitale Forensik, Medienmanagement und soziale Arbeit. Weil die einfach sehr stark nachgefragt sind und wir gar nicht so viele Plätze haben. Wir gucken dabei aber nie nur nach dem NC. Also wir gucken nie nur nach der Abinote, sondern auch noch nach einer Eigenpräsentation, die ihr einreichen müsst. Oder nach Vorerfahrungen oder nach Praktika, die ihr gemacht habt. Das ist bei den drei Studiengängen immer ein bisschen anders. Aber ich will euch damit nur sagen, der NC ist immer nur ein Teil der Entscheidung. Es gibt immer noch andere Kriterien, die dazu zählen. Also auf jeden Fall bewerben, auf jeden Fall probieren. Wenn es Fragen zu dem Auswahlverfahren gibt oder wie das alles funktioniert, können wir das auch gerne hinterher noch klären im Zoom-Raum der allgemeinen Studienberatung oder auf Discord oder ab morgen wieder. Aber eine Bewerbung lohnt sich immer, auf jeden Fall. Ganz zum Schluss, für alle diejenigen, die in diesem Jahr ihr vielleicht ihr Studium schon beginnen möchten, möchte ich kurz was zur Corona-Situation bei uns an der Hochschule sagen. Das interessiert sicher den einen oder anderen von euch. Wir hatten, wir haben jetzt drei sehr aufregende Semester hinter uns. Teilweise komplett digital, teilweise, wir nennen das Hybrid, das heißt mit digitaler und Präsenzlehre. Wir haben also ganz viel Präsenz trotzdem anbieten können, aber eben im sehr kleinen und im sehr kontrollierten Rahmen. Also auch Praxis konnte man in der Corona-Zeit bei uns machen und das wollen wir natürlich beibehalten. Wir testen selber auf dem Campus, wir impfen selber auf dem Campus und wir planen auch im Wintersemester wieder mit deutlich mehr Präsenz. Wer jetzt also vielleicht sein Studium beginnen möchte bei uns, eine Wohnungssuche und eine Wohnung nehmen, lohnt sich ab September oder Mitte September auf jeden Fall. Also unser großes Ziel ist natürlich viel Präsenz anzubieten. Wir sind natürlich von den äußeren Einflüssen abhängig, aber wenn sich das jetzt so entwickelt wie auf dem Weg, auf dem wir jetzt sind, sind wir zuversichtlich, dass wir viel Präsenz anbieten können. Priorität liegt dabei natürlich auf den Erstsemestern, was ihr dann ja seid. Ihr beginnt euer Studium, also ihr kommt auf jeden Fall mal auf den Campus, vielleicht sogar dauerhaft. Das müssen wir dann im Herbst beurteilen. Wer Ihnen das interessiert, wie wir so mit Corona umgehen und was die Studis gerade so beachten müssen, der kann mal auf die Website gucken, hs-midweiler.de slash Corona. Zum Schluss noch die nächsten wichtigen Termine für euch. Wir haben im September nochmal so einen Infoabend. Wer vielleicht einen Freund oder eine Freundin hat, die es heute nicht geschafft haben, das Gleiche, was wir hier heute machen, gibt es im September nochmal. Vielleicht auch mit einem Teil vor Ort. Wir werden aber auf jeden Fall auch wieder ins Web gehen. Der nächste große Tag der offenen Tür, Studieninformationstag, ist am 13. Januar. Das ist Donnerstag, das ist der sachsenweite Hochschulinformationstag. Da haben die Sekundarstufe 2 oder die Oberstufe in der Regel auch schulfrei. Kommt vorbei, nutzt die Chance. Wir hoffen, wir können den natürlich wie gewohnt in Präsenz machen, aber auch da wird es trotzdem natürlich digitale Angebote gehen, wer jetzt vielleicht weiter anreist. Den gleichen gibt es auch nochmal im April und am 1. Juli nächstes Jahr, für die, die ganz weit planen, unsere Nacht der Wissenschaften, quasi auch eine Art Tag der offenen Tür, aber eben mit viel mehr ausprobieren. Das ist quasi wie ein kleines Volksfest hier in Mittweida. Genau. Und damit bin ich jetzt hier erstmal am Ende. Danke erstmal, dass ihr schon bis hierher zugeschaut habt. Das sind meine Kontaktdaten. Die Studienberatung ist ab morgen wieder zu erreichen per E-Mail, Telefon und WhatsApp, per Live-Chat auf der Website, über unsere Social-Media-Kanäle. Scheut euch nicht, Fragen zu stellen. Es gibt nicht zu viele Fragen. Es gibt keine blöden Fragen. So ein Studium ist eine Entscheidung für die nächsten Jahre, vielleicht auch fürs Leben. Deswegen haltet dort mit keiner Frage hinterm Berg und werdet alles los, was ihr möchtet. Wir können Termine vereinbaren per Zoom, per Skype, per Discord oder dann hoffentlich auch bald wieder vor Ort bei mir im Büro. Ihr könnt anrufen oder auf einem der genannten Kanäle schreiben. Gut, bis hierhin erstmal im Livestream. Hier auf YouTube sind wir jetzt so gut wie fertig. Bevor ich mir eure Fragen angucke, noch zwei Hinweise, wie es jetzt weitergeht. Ich wechsle jetzt mal das Fenster und wir gucken jetzt mal gemeinsam, wie ihr jetzt weitermacht. Das ist also die Seite zur Veranstaltung, die wir auch in der Infobox unten haben. Wir haben jetzt den Livestream hier geschafft und jetzt geht es für euch hier in diesem Bereich weiter. Hier findet ihr also die Links zu den ganzen Zoom-Räumen. Allgemeine Studienberatungen. Das ist der Discord-Server, der ab 20 Uhr dann aktiv ist. Bewerberservice, also wie bewerbe ich mich, der Auslandsaufenthalt und hier sind die ganzen Studiengänge sortiert. Nach den Fachbereichen einfach hier auf den Link klicken und das zeige ich euch jetzt mal gleich. Und wenn ihr ganz runter scrollt, hier nochmal der Hinweis, könnt ihr unser Infopaket bestellen, wo ich euch dann per Post Unterlagen zukommen lasse. Oder wer seine E-Mail-Adresse angibt und reinschreibt, in die Bemerkung Mail reicht, dann schicke ich euch das Ganze gerne auch per Mail zu, ganz wie ihr möchtet. So und jetzt gehen wir einfach mal rein. Für diejenigen, die noch keinen Zoom-Raum gemacht haben, klicken wir einfach mal hier auf den Zoom-Raum der allgemeinen Studienberatung. Dann öffnet sich ein kleines Fenster. Wenn ihr noch nie Zoom benutzt habt, öffnet sich hier so ein Fenster. Wenn ihr noch nie Zoom benutzt habt, dann installiert sich eine kleine Software oder ihr nehmt über den Browser teil. Das geht auch. Ich drehe jetzt mal ohne Video bei. Das geht jetzt technisch gerade nicht anders. Dann geht ihr auf mit Video beitreten und dann seht ihr hier schon meine Kollegen, die Lisa und der Erik und die Vanessa, die warten schon auf euch. Und wenn ihr, wie gesagt, eure Fragen könnt ihr stellen per Audio oder Video, das findet ihr hier unten oder ihr nutzt die Chatfunktion. Und am Ende geht ihr einfach, wenn ihr hier fertig seid, geht ihr einfach auf Verlassen, Meeting verlassen und damit seid ihr wieder raus. So und damit bin ich jetzt hier wirklich durch. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf eure Fragen. Die habe ich hier und wir schauen mal, was da so reingekommen ist. Ich habe die Frage, gibt es auch Schnitzel in der Kantine? Klar, unsere Mensa, ist, was das angeht, sehr gut ausgestattet. Es gibt täglich wechselnde Gerichte mit Fleisch, vegetarisch, vegan, besonders gesunde Gerichte. Das nennt sich dann Mensa Vital. Und es gibt auch so ein permanentes Angebot. Pizza, Nudeln, Gemüse. Wenn wieder mehr Campusbetrieb ist, gibt es auch jeden Tag eine Tagessuppe. Es gibt eine Salattheke. Also man findet immer was. Und die Gerichte gehen ab 1,80 Euro los, bis 3,90 Euro. Also das ist auch für einen Studenten auf jeden Fall erschwinglich. Tim fragt, kann man an der Hochschule Mittweida online studieren oder muss man vor Ort sein? Sagen wir mal so, man musste jetzt eine Zeit lang online studieren, aber die Studiengänge an sich, ich habe es ja gesagt, leben auch davon, dass ihr viel Praxis macht und viele Erfahrungen sammeln könnt und gut aufs Berufsleben vorbereitet seid. Deswegen auf jeden Fall vor Ort kommen. Es gibt wenige Studiengänge bei uns, die sind auf ein rein digitales Studium sozusagen aufgebaut oder auf ein vorwiegend digitales Studium. Das ist aber eher für Berufstätige und diejenigen, die sich vielleicht weiterbilden wollen. Für alle, die jetzt nach der Schule ihr Studium beginnen, Präsenzstudium zum Großteil. Studium im Ausland nur für Bachelor oder auch für Master möglich, ist auch im Master möglich. Also gerade so die Praktika, was ich gesagt habe in den letzten Semestern, ähm, eignen sich auf jeden Fall für, ähm, eignen sich auf jeden Fall für, äh, ein, ein, ähm, Auslandssemester und, äh, das ist auf jeden Fall auch im Master möglich. Wie gesagt, ihr müsst, äh, ihr geht dann zum International Office, das ist unsere, unsere Ansprechpartner in der Hochschule dafür, dann guckt, gucken die mit euch, was ihr studiert, welche Partnerhochschulen in Frage kommen und, ähm, organisieren das Ganze dann mit euch. Da muss geguckt werden, was haltet man in dem jeweiligen Land Studiengebühren, seid ihr Auslands-BAföG berechtigt, wie kommt ihr hin, wie kommt ihr zurück, wo schlaft ihr, ähm, genau. Also Infos dazu gleich im Zoom-Raum oder nachträglich natürlich auch beim International Office oder bei mir in der Studienberatung. Wie bereite ich mich am besten auf Mathe vor? Ja, die große Sorge vor Mathe bleibt entspannt. Also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung reden. Ich habe selber hier in der Hochschule studiert. Mathe in der Hochschule war nicht mein Steckenpferd, ähm, äh, und das ist jetzt noch schön formuliert, äh, und ich habe es auch gut geschafft durch Studium. Zum einen ist es natürlich alles etwas anwendungsnah hier. Ihr macht die Mathe nicht um der reinen Mathematik willen, sondern immer mit einem, mit einem, ja, mit einem fachlichen Bezug sozusagen. Und wie gesagt, es gibt sonst immer noch die Option des Tutoriums, das habe ich ganz am Anfang mal erzählt, also die studentische Nachhilfe sozusagen, ähm, die, ähm, dann einberufen werden kann, wenn es mehrere gibt, die Probleme haben. Wer sich vor dem Studium noch auf Mathe vorbereiten möchte, der kann an unseren Vorbereitungskursen teilnehmen. Ihr seid ja offiziell ab 1. September Studentinnen und Studenten bei uns. Ähm, Anfang September finden Vorbereitungskurse statt. Ähm, den Link dazu können wir jetzt vielleicht mal in den Live-Chat posten, wenn wir das parallel schaffen. Ansonsten findet ihr das im Bewerbenbereich bei uns auf der Hochschule und bei den Vorbereitungskursen gibt es unter anderem einen für Mathe. Wie gesagt, ist in den drei Wochen vor Studienbeginn und dort könnt ihr euch auch nochmal aufs Studium und die Mathematik vorbereiten. Gibt es auch noch in anderen Fächern. Dazu ein Hinweis, wer dieses Jahr sein Studium beginnt, dem empfehle ich spätestens am 28. September in Midweida zu sein, denn vom 28. bis 30. September finden unsere Infotage für Erstsemester statt. Dort lernt ihr die Hochschule und alles kennen, was man wissen muss. Also dort auf jeden Fall in Midweida sein. Eure erste Vorlesung habt ihr ab 4. Oktober. So, wo war ich denn jetzt? Ähm, in welcher Stadt ist die Hochschule? Die Hochschule ist in Midweida. Äh, das ist eine Kleinstadt in Mittelsachsen. Wir sind genau im Dreieck zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz. Chemnitz ist mit der S-Bahn, mit der, mit der S-Bahn 15 Minuten etwa weg, mit dem Auto 20 und Leipzig und Chemnitz jeweils, je nach Verkehrsmittel, Dreiviertelstunde, äh, Leipzig und Dresden, je nach Verkehrsmittel eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Also, äh, die Metropolen sind sozusagen ganz, ganz nah. Ähm, ansonsten hat Midweida aber auch viel zu bieten. Wie gesagt, rein von der Hochschule natürlich schon, der Studentenclub, die ganzen Projekte, alles, was dazugehört. Die Stadt hat ein Kino, ein Freibad, ähm, also es ist eigentlich genug zu tun, genug was los und, ähm, ja, hier studiert sie es auf jeden Fall schön. Gibt es Sprachangebote an der Hochschule? Gibt es. In manchen Studiengängen ist es im Stundenplan direkt mit drinnen. Business-Englisch, technisches Englisch zum Beispiel. Es gibt aber auch das sogenannte Studium Generale in vielen Studiengängen und das sind so Wahlpflichtfächer, die so über den Studiengang hinausgehen. Das können Fächer sein wie Rhetoriktraining oder, ähm, 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 ja, Sozialkompetenztraining und so weiter. Das können aber auch Sprachen sein. Da gibt es ein wechselndes Angebot. Spanisch, Französisch, Italienisch, das ändert sich auch immer mal, aber gibt es auf jeden Fall. Könnt ihr im Studiengang belegen und, ähm, informiert euch dazu einfach, wenn ihr das Studium beginnt, beziehungsweise gibt es auch dazu natürlich Informationen bei den Infotagen für Erstsemester. Gibt es auch duale BWL-Studiengänge? Die gibt es bei uns nicht. BWL kann man bei uns als Vollzeit-Direktstudium studieren. Ähm, wie gesagt, dual, das hat immer so Vor- und Nachteile. Klar, man verdient ein bisschen was beim dualen Studium und man hat halt eine Ausbildung parallel. Ähm, wenn es euch aber um den Praxisanteil geht, dann habt ihr den auch bei uns im Studium. Also unsere Professorinnen und Professoren und alle Dozentinnen und Dozenten, bei denen ihr Unterricht habt, die waren alle mal in der Praxis, haben mal in dem Bereich gearbeitet, wissen also, wovon sie sprechen und geben dieses Wissen unmittelbar an euch weiter. Und ihr macht auch ganz viele praktische Projekte im Studium, mal ein Businessplan, etc., mal ein Planspiel, wo ihr also ein Unternehmen simuliert. Ähm, also auch da Betriebswirtschaft, äh, sehr praktisch bei uns. Ähm, und eine Frage nehme ich noch rein, dann sind wir zeitlich leider schon durch. Andreas fragt, gibt es ein Semesterticket für Bus und Bahn? Das gibt es bei uns an der Hochschule nicht. Das ist, das seht ihr auch daran, dass unser Semesterbeitrag sehr günstig ist mit 95 Euro, das ist an anderen Hochschulen bedeutend mehr. Liegt aber auch daran, dass man das in der Hochschulstadt mit Weida selber gar nicht braucht. Unser Campus ist ganz klein und überschaubar. Wir gucken uns hier im Nachhinein, läuft dann gleich auch noch ein kleiner Campusrundgang, wo wir eine Runde über den Campus laufen. Und, ähm, den Campus durchläuft man in zehn Minuten. Da hat man alle Gebäude abgeklappert und in der Regel wohnen die Studis auch alle ganz nah auf oder um den Campus, sodass man die öffentlichen Verkehrsmittel eigentlich gar nicht braucht. Deswegen gibt es bei uns kein Semesterticket. Gut, und eine letzte Frage schaffen wir noch. Fabian fragt, wie sieht es mit Sportangeboten an der Hochschule und in der Umgebung aus? Sehr, sehr viel. In Corona-Zeiten war das natürlich ein bisschen eingeschränkt, aber das wird jetzt auch sukzessive wieder mehr. Wir haben eine große Sporthalle bei uns, wo verschiedene Mannschaftssportarten angeboten werden, Volleyball, Basketball und so weiter. Einen eigenen Fitnessraum bei uns, eigenes Fitnesscenter, wo man sich anmelden kann pro Semester. Und wir haben auch Kooperationen mit ganz vielen Vereinen. Also man kann auch mal pro, ein Semester lang Kanu machen, Bouldern in Chemnitz. Das ist auch immer ein wechselndes Angebot. Klettern. Es gibt Yoga-Kurse, Qigong-Kurse, Badminton, Tischtennis. Da haben wir ein ganz umfangreiches wechselndes Angebot. Das ist sehr, sehr günstig. Die Mannschaftssportarten kosten pro Semester zwischen fünf und zehn Euro. Der Fitnessraum kostet, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, 40, 45 Euro für ein Semester, also immer für ein halbes Jahr. Das ist also absolut erschwinglich und könnt ihr auf jeden Fall nutzen. Immer zu Semester beginnen, also immer pro Halbjahr meldet man sich dafür an. Da gibt es dann eine E-Mail. Und dann ist das alles, ja, möglich und machbar bei uns. Es ist 19.14 Uhr. Wir sind hier an der Stelle durch. Alle Fragen, die ich jetzt nicht beantworten konnte, entweder ihr stellt sie in den Zoom-Räumen zu den Studiengängen oder ihr wechselt jetzt mit mir zusammen in den Zoom-Raum der Allgemeinen Studienberatung, ganz oben auf der Seite. Und dort können wir alle weiteren Fragen klären. Ab 20 Uhr sehen wir uns dann bei Discord mit ganz vielen Studis von unserer Hochschule zu verschiedenen Studiengängen, wo ihr uns per Chat oder per Sprache oder per Video nochmal Fragen stellen könnt. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Wir gehen jetzt nochmal hier im Stream eine kleine Runde über unseren Campus und danach ist hier im Stream Schluss und ihr wechselt in die Zoom-Räume. Wenn Fragen sind, bin ich ab morgen wieder erreichbar. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei unseren anderen Angeboten und bleibt gesund. Bis bald. Herzlich willkommen bei uns an der Hochschule mit weiter. Ich möchte dich mitnehmen auf eine kleine Runde über unseren Campus und dir dabei verschiedene Gebäude hier bei uns an der Hochschule zeigen. Und wir fangen auch direkt an in einem unserer neuesten Gebäude, dem Zentrum für Medien und soziale Arbeit. Hier drin lernen also Studierende aus zwei wichtigen Bereichen der Hochschule, unsere Sozialarbeiter und unsere Medienstudiengänge. Wir haben hier drin alles. Ein Fernsehstudio, ein Radio, eine Druckerei, verschiedene Schnittplätze, ein Effektstudio. Also alles, was das Medienherz begehrt. Und was es sonst noch bei uns zu entdecken gibt, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, jetzt stehen wir vor unserem Hauptgebäude, Haus 1. Hier wirst du in deinem Studium vielleicht die ein oder andere Vorlesung oder das ein oder andere Seminar haben. Viel wichtiger sind aber die Ansprechpartner für dich, die hier im Haus ihre Büros haben. Wenn du dich für ein Studium interessierst, dann wendest du dich am besten direkt an mich. Wenn im Studium Fragen auftreten sollten, dann ist der Studierenden-Service für dich da. Melde dich einfach bei deiner Betreuerin oder deinem Betreuer und währt alle deine Fragen zum Studium los. Wir alle sitzen hier im Haus 1 für dich. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Kommt mit! Ja, wir sind jetzt vor unserem Haus 5 angekommen, der Heimat unserer Ingenieure. Hier in dem Gebäude lernen also Maschinenbauer, unsere Elektrotechniker, unsere Mechatroniker und viele weitere Studis. Hier drin befinden sich also ganz viele Labore und Werkstätten für diesen Bereich, unter anderem ein Robotiklabor, ein 3D-Drucklabor, aber auch eine Trainingsfabrik. Das heißt, wir simulieren dort verschiedene Abläufe einer großen Fabrik im Kleinen nach, um das nachzuvollziehen können, um das ganze Verständnis dafür zu entwickeln. Und auch im Haus 5 befinden sich unsere beiden größten Hörsäle. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Auf dem Weg dahin gucken wir nochmal bei unserem Rennwagen vorbei. Das heißt, wir haben ein studentisches Team, die gemeinsam Rennwagen konstruieren und damit international an Rennen teilnehmen. Und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, und das ist das gute Stück, El Cobra. Das ist der aktuelle Elektrobolide von unserem Rennteam. Und genau, damit nehmen die internationalen an Rennen teil. Und den konstruieren die Studis neben dem Studium in unserem Projekt TMM, was so viel heißt wie Technikum Midweider Motorsport. Und jetzt schauen wir in den Hörsaal. Jetzt machen wir noch das Licht an. So. Wie gesagt, das ist unser größter Hörsaal. Den gibt es zweimal so in der Form hier im Haus. Und ihr seht, das ist auch recht überschaubar. Hier passen knapp 200 Studis rein und größer wird es bei uns hier nicht. Das heißt, man lernt in wirklich kleinen Gruppen die jeweiligen Inhalte zu seinem Studiengang kennen. In der Vorlesung wird die Theorie vermittelt und im Praktikum geht man dann in die Labore und in die Werkstätten und macht das, was man theoretisch gelernt hat, praktisch in kleinen Gruppen gemeinsam nach der Vorlesung. Als Studierender muss ich natürlich auch irgendwo wohnen. Das ist meistens der erste Moment im Leben, wo ich von zu Hause ausziehe. Und eine Möglichkeit ist das Studentenwohnheim. Seht ihr hier hinten verschiedene Gebäude, die dort dazugehören. Und die meisten Zimmer bei uns sind heute Einzelapartments. Das heißt, ein eigenes Zimmer mit eigener Küche und einem kleinen Bad. Es gibt aber auch noch vereinzelt WGs. Und da kann sich also jeder das raussuchen, was ihm am besten gefällt. Für die Wohnheime bewirbt man sich bei unserem Studentenwerk, dem Studentenwerk Freiberg. Und wenn ihr Fragen oder Infos zu einem Wohnheimplatz möchtet, dann meldet euch gerne dort bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Studieren heißt natürlich nicht nur lernen, sondern studieren heißt natürlich auch feiern. In Mittweida geht es am besten in unserem Studentenclub. Der wird von unseren Studis natürlich selbst betrieben in einem eigenen Verein. Dort kann man also unter der Woche abends hingehen und sein Bierchen trinken, mit Freunden treffen. Oder man geht in die Schwämme. Das ist unsere Studentenkneipe, die zu unserem Club dazugehört. Es gibt also genug Möglichkeiten hier in Mittweida, um abends einen Ausgleich zum Studium zu schaffen. So, als nächstes schauen wir uns unser Haus 6 an und müssen dazu mal auf die andere Seite von dem Gebäude hier gehen. Das ist schon Haus 6, was ihr hier seht. Aber von der anderen Seite sieht man das Ganze noch besser. Jawohl. Jetzt stehen wir vor Haus 6. Seht ihr hier hinter mir, hier sind unter anderem unsere Informatiker zu Hause, aber auch unsere Ingenieure und unsere Wirtschaftswissenschaftler. In verschiedenen Laboren könnt ihr in den Bereichen der Softwareentwicklung, der IT-Sicherheit, aber auch in den Bereichen der Forensik oder des Wirtschaftsingenieurwesens lernen. Hier drüben seht ihr unser Haus 3. In dem sitzen unsere Elektrotechniker und auch unsere technischen Informatiker. Aber als Student kann ich nicht nur den ganzen Tag lernen, sondern ich muss auch was essen. Und deswegen schauen wir jetzt mal zur Mensa. So, und zu guter Letzt noch zwei sehr wichtige Gebäude. Mensa und Bibliothek. Momentan teilen sich die beiden bei uns noch ein Gebäude. Das heißt, ich hole mir mein Mittagessen und kann dann direkt weiter lernen. Wir bekommen aber bald eine große neue Bibliothek auf dem Campus, wo dann beide Mensa und Bibliothek ausreichend Platz für sich selber bekommen. Alles, was es hier in der Bibliothek als gedrucktes Buch gibt, gibt es natürlich auch als E-Book online zur Verfügung gestellt und natürlich noch viel, viel mehr. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer kleinen Campusführung angekommen. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, schaut im Web www.hs-mittweider.de. Dort findet ihr alle wichtigen Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Studiengängen. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern bei mir. Bis bald. Herzlich willkommen bei uns an der Hochschule Mittweider. Ich möchte dich mitnehmen auf eine kleine Runde über unseren Campus und dir dabei verschiedene Gebäude hier bei uns an der Hochschule zeigen. Und wir fangen auch direkt an in einem unserer neuesten Gebäude, dem Zentrum für Medien und Soziale Arbeit. Hier drin lernen also Studierende aus zwei wichtigen Bereichen der Hochschule, unsere Sozialarbeiter und unsere Medienstudiengänge. Wir haben hier drin alles. Ein Fernsehstudio, ein Radio, eine Druckerei, verschiedene Schnittplätze, ein Effektstudio. Also alles, was das Medienherz begehrt. Und was es sonst noch bei uns zu entdecken gibt, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, jetzt stehen wir vor unserem Hauptgebäude, Haus 1. Hier wirst du in deinem Studium vielleicht die ein oder andere Vorlesung oder das ein oder andere Seminar haben. Viel wichtiger sind aber die Ansprechpartner für dich, die hier im Haus ihre Büros haben. Wenn du dich für ein Studium interessierst, dann wendest du dich am besten direkt an mich. Wenn im Studium Fragen auftreten sollten, dann ist der Studierenden-Service für dich da. Melde dich einfach bei deiner Betreuerin oder deinem Betreuer und währt alle deine Fragen zum Studium los. Wir alle sitzen hier im Haus 1 für dich. Und ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Kommt mit! Wir sind jetzt vor unserem Haus 5 angekommen, der Heimat unserer Ingenieure. Hier in dem Gebäude lernen also Maschinenbauer, unsere Elektrotechniker, unsere Mechatroniker und viele weitere Studis. Hier drin befinden sich also ganz viele Labore und Werkstätten für diesen Bereich. Unter anderem ein Robotiklabor, ein 3D-Drucklabor, aber auch eine Trainingsfabrik. Das heißt, wir simulieren dort verschiedene Abläufe einer großen Fabrik im Kleinen nach, um das nachzuvollziehen können, um das ganze Verständnis dafür zu entwickeln. Und auch im Haus 5 befinden sich unsere beiden größten Hörsäle. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt nochmal an. Auf dem Weg dahin gucken wir nochmal bei unserem Rennwagen vorbei. Das heißt, wir haben ein studentisches Team, die gemeinsam Rennwagen konstruieren und damit international an Rennen teilnehmen. Und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, und das ist das gute Stück, El Cobra. Das ist der aktuelle Elektrobolide von unserem Rennteam. Und genau, damit nehmen die Internationalen an Rennen teil und den konstruieren die Studis neben dem Studium in unserem Projekt TMM, was so viel heißt wie Technikum mit Weider Motorsport. Und jetzt schauen wir in den Hörsaal. Machen wir doch das Licht an. So, wie gesagt, das ist unser größter Hörsaal. Den gibt es zweimal so in der Form hier im Haus. Und ihr seht, das ist auch recht überschaubar. Hier passen knapp 200 Studis rein und größer wird es bei uns hier nicht. Das heißt, man lernt in wirklich kleinen Gruppen die jeweiligen Inhalte zu seinem Studiengang kennen. In der Vorlesung wird die Theorie vermittelt und im Praktikum geht man dann in die Labore und in die Werkstätten und macht das, was man theoretisch gelernt hat, praktisch in kleinen Gruppen gemeinsam nach der Vorlesung. Als Studierender muss ich natürlich auch irgendwo wohnen. Das ist meistens der erste Moment im Leben, wo ich von zu Hause aus ziehe. Und eine Möglichkeit ist das Studentenwohnheim. Seht ihr hier hinten verschiedene Gebäude, die dort dazugehören. Und die meisten Zimmer bei uns sind heute Einzelapartments. Das heißt, ein eigenes Zimmer mit eigener Küche und einem kleinen Bad. Es gibt aber auch noch vereinzelt WGs. Und da kann sich also jeder das raussuchen, was ihm am besten gefällt. Für die Wohnheime bewirbt man sich bei unserem Studentenwerk, dem Studentenwerk Freiberg. Und wenn ihr Fragen oder Infos zu einem Wohnheimplatz möchtet, dann meldet euch gerne dort bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Studieren heißt natürlich nicht nur lernen, sondern studieren heißt natürlich auch feiern. In Mittweida geht es am besten in unserem Studentenclub. Der wird von unseren Studis natürlich selbst betrieben in einem eigenen Verein. Dort kann man also unter der Woche abends hingehen und sein Bierchen trinken, mit Freunden treffen. Oder man geht in die Schwämme. Das ist unsere Studentenkneipe, die zu unserem Club dazugehört. Es gibt also genug Möglichkeiten hier in Mittweida, um abends einen Ausgleich zum Studium zu schaffen. So, als nächstes schauen wir uns unser Haus 6 an und müssen dazu mal auf die andere Seite von dem Gebäude hier gehen. Das ist schon Haus 6, was ihr hier seht. Aber von der anderen Seite sieht man das Ganze noch besser. Jetzt stehen wir vor Haus 6. Das seht ihr hier hinter mir. Hier sind unter anderem unsere Informatiker zu Hause, aber auch unsere Ingenieure und unsere Wirtschaftswissenschaftler. In verschiedenen Laboren könnt ihr in den Bereichen der Softwareentwicklung, der IT-Sicherheit, aber auch in den Bereichen der Forensik oder des Wirtschaftsingenieurwesens lernen. Hier drüben seht ihr unser Haus 3. In dem sitzen unsere Elektrotechniker und auch unsere technischen Informatiker. Aber als Student kann ich nicht nur den ganzen Tag lernen, sondern ich muss auch was essen. Und deswegen schauen wir jetzt mal zur Mensa. So, und zu guter Letzt noch zwei sehr wichtige Gebäude. Mensa und Bibliothek. Momentan teilen sich die beiden bei uns noch ein Gebäude. Das heißt, ich hole mir mein Mittagessen und kann dann direkt weiter lernen. Wir bekommen aber bald eine große neue Bibliothek auf dem Campus, wo dann beide Mensa und Bibliothek ausreichend Platz für sich selber bekommen. Alles, was es hier in der Bibliothek als gedrucktes Buch gibt, gibt es natürlich auch als E-Book online zur Verfügung gestellt und natürlich noch viel, viel mehr. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer kleinen Campusführung angekommen. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, schaut im Web www.hs-mitweider.de. Dort findet ihr alle wichtigen Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Studiengängen. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern bei mir. Bis bald.